Mit der Ergotappenkarre bieten wir Ihnen eine neuartige Stahlrohrkarre mit Schwenkgriff. Durch diesen vierfach verstellbaren Griff kann die Karre nicht nur an jede Körpergröße, sondern auch an den von der individuellen Beladung abhängigen Lastensperrpunkt ergonomisch angepasst werden. Zusätzlich verfügt der Griff über einen hautsympathischen Softgrip-Überzug, der die Handhabung einfacher und sicherer macht. Auch sehr hohes Ladegut ist mit geringer körperlicher Belastung zu transportieren. Schonen Sie sich und Ihre Transportgüter mit der Ergotreppenkarre. Und das bedeutet, nicht wieder Kurkottrem berePodungen aufneucht. Und jetzt sehen Sie ja noch ein bisschen die Unterançungen ausseilt. Aber nicht nur eine Abhängende Marie der công SAL-Domstelle Marian, Bis zum nächsten Mal.